Herr Präsident, liebe Kollegin Hiller, das waren jetzt schon ganz interessante Auskünfte, die Sie ganz am Anfang Ihrer Rede gegeben haben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, lehnt die Linke also die Standorte in Pankow und in Mariendorf ab, weil dort zufällig bekannte, populäre, wichtige Politiker dieser Stadt arbeiten. Herr Zillich, es ist mir ein Fest zu berichten, dass es im Bezirk Pankow über 40.000 Unterschriften gesammelt wurden, am Standort Wolfshagener Straße wieder ein Hallenbad zu errichten. Und es ist mir vor allem ein Fest, dass zu den Erstunterzeichnern Ihr Fastsitznachbar Klaus Lederer gehört und dass die Linke sich ganz wesentlich in einem breiten überparteilichen Bündnis in Pankow für diesen Standort eingesetzt hat. Und ich glaube, dass das am Ende einer der beiden Gründe ist, warum man sich für diesen Standort entschieden hat. Eine gute Anbindung und so weiter ist der andere. Ich würde aber von Ihnen, Frau Hiller, gerne noch eine zweite Auskunft haben wollen. Die beiden Standorte Mariendorf und Pankow sind auch gewählt worden, weil die Bäderbetriebe dort große Gelände haben, auf denen ein neues Bad zu realisieren ist, auf eigenen Grundstücken, ohne neue Flächen dafür erwerben zu müssen. Frau Hiller, ist Ihre Erwartung denn, dass zusätzliche Millionen noch in die Hand genommen werden, um neue Flächen für die Bäderbetriebe zu kaufen? Oder ist es nicht vielleicht doch sinnvoller, sich die Standorte anzugucken und zu qualifizieren, auf denen die Bäderbetriebe, auf denen das Land Berlin schon heute ausreichend Platz und auch ausreichend Publikum hat, das zu machen? Dazu hätte ich schon ganz gerne eine Antwort von Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Dr. Hiller, bitteschön. Sehr geehrter Herr Buchner, Sie haben mich bewusst falsch verstanden. Ich habe das gesamte Konzept der Bäderbetriebe, so wie es vorliegt, und es ist ja ein Konzept des Senates, kritisiert. Und ein Teil, wenn Sie das richtig gehört haben, könnte lobenswert sein, wenn es denn fundiert wäre. Es könnte lobenswert sein, wenn man eine Analyse des Standes in der Region vorgenommen hätte und beweisen könnte, dass diese Regionen wichtiger sind als andere im Kontext der Entwicklung. Wahrscheinlich wären wir uns einig, dass wir mehr Bäder bauen könnten. Warum dann gerade diese vorgezogen wurden, versucht man ja bei Marienfelde ein bisschen darzustellen. Da werde ich ja dann ganz besonders stutzig, wie es dort dargestellt worden ist. Also die Kritik ist nicht, dass gebaut wird, sondern wie der Entstehungsprozess dieser Entscheidung zustande gekommen ist. Und ich kritisiere die Kosten, die dort entstehen sollen, die jedenfalls nicht durch unseren Ausschuss in der Diskussion belegbar gemacht wurden. Wir haben nie diskutiert, dass wir Spaßbäder, um es Ihnen so zu sagen, haben wollen, sondern wir wollen Bäder, die der Daseinsvorsorge entsprechen. Und das, was Sie hier planen, geht weit über das hinaus und scheint in dem Sinne dann auch gar nicht so notwendig. Mir wäre es lieber gewesen, Sie sparen dabei jeden Bad 5 oder 8 Millionen und machen einen weiteren Standort auf. Im Übrigen gibt es auch Standorte der Bäderbetriebe, wo man bauen könnte, ohne dass man Grundstücke kaufen muss. Das werden wir im Ausschuss sicherlich auch besprechen. Das war es dazu. Wir wollen auch ein Bad in Pankow, wir wollen auch ein Bad in Marienfelde. Was wir nicht wollen, ist, dass politische, persönliche Entscheidungsträger dort einen so großen Einfluss auf Konzeptentwicklung haben, wie das hier zum Ausdruck kommt.